Die Opfer aller Kriege, auch der Kriege, die heute weltweit stattfinden, nahmen uns alle. Erhaltet den Frieden. So oder ähnlich steht es an immer mehr Denkmälern, die ursprünglich den Helden eines der Kriege gewidmet waren. Ein, wie ich finde, gutes Beispiel. Erhaltet den Frieden. Das doch ganz viel Nachahmung finden sollte. Dafür heute auch unser Gedenken, unser Zusammenkommen hier in Russensie. Zu diesem Zweck können wir immer wieder unsere Botschaft zur Versöhnung deutlich machen. Denn damit, auch wir heute hier, setzen wir ein Zeichen gegen alle Verherrlichungen von Kriegen. Egal wo und zu welcher Zeit er schlafen wird. Es gleicht von seinem Leben, sein Werk für uns zu höhen. Sein Schafen und sein Streben, tu bei zu unserem Glück. Zum 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 Glück. vom Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020